Nach drei Jahren Pause hat die Sonnseiten Hochmaisalm in Werfenweng wieder einen Wirt. Peter, gemeinsam mit Eva und Fuzzi, kümmern sich auf 1200 Meter Seehöhe mit viel Herzblut um ihre Gäste. Wir können super sitzen, die Kinder spielen. Der Weg geht gut um, dass du mit Kindern super hergehen kannst. Es ist nicht steil und eine gemütliche Wanderung. Wer es gemütlicher mag, fährt mit dem Zug bis Pfarrwerfen und lässt sich mit dem Shuttle auf den Berg fahren. Den letzten Kilometer geht es dann zu Fuß. Oben angekommen erwartet die Gäste herzhafte Hausmannskost, zünftige Jausen oder selbstgemachte Süßspeisen von Peters Mama. Und wenn der Wettergott seine Wasserschleusen geöffnet hat, kann man auch mit dem Auto hochfahren und es sich im Stüberl gemütlich machen. Eingebettet in die wunderbare Landschaft der Salzburger Bergwelt lädt die Sonnseiten Hochmaisalm ein zum Verweilen, genießen und die Seele baumeln zu lassen. Geöffnet ist die Jausenstation von Montag bis Sonntag außer Dienstags. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage. Ein Besuch lohnt sich.